Toll sein. Oh, kaputt zu gehen. Nicht gut sein. Alles kaputt zu sein hier. Schade zu sein. Ein Dummkopf zu sein, Avatar. Einen Fehler kennen. Unseren Stolz, unser Volk töten lassen und nicht Hilfe bitten. Zu wissen, wir sterben. Ein Ei der Königin retten. Dann zu finden, was Agralem, der außerhalb ist von Kuppeln. Und ihm das Ei geben. Die Gargoyle-Rasse retten. Schlafkammer Königin zu finden. Ein Gargoyle-Ei retten. Die Rasse überleben lassen, trotz meinem Dummestolz. Er ruft es ab. Wie werde ich Ambrosia verlassen? Zu finden, Teleporter durch Schlafkammer von Königin. Eine lebende Gargoyle auf dem Telekomter haben, ihn zu aktivieren. Dazu brauchen ein Ei, um zu verlassen und uns für Rasse retten. Wir dauern, so ein Dummkopf zu retten. Ja, genau. Also ich muss ein Ei retten. Ein Würfel der Macht. In meiner Werkstatt finden. Mein Kristall leben, zu finden, Würfel. Doppel stecken zu haben. Ja, okay. Ich brauche einen Würfel. Den bösen Valkardash getötet zu haben, so sei ich gut. Jetzt kommt wieder eine Sequenz. Ja, okay. Das war ein bisschen schlecht gemacht. Er ist halt gestorben. Naja. Also das war anscheinend dieser Valkardash. Aber habe ich den nicht schon getötet? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wo der vorher war oder was der sollte. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Also das ist da, wo wir hin müssen. Und das ist nicht das Richtige. Wir müssen jetzt das Haus von Wisslem finden. Was mir immer recht schwerfällt hier in diesem komischen Labyrinth hier von Scheiße. Aber ich muss einfach nur nach einem fliegendem Haus ausschalten, dass jetzt nicht mehr fliegt. Genau. Weil hier alles abgestürzt ist. Ja, stimmt. Ach, schlecht. Deswegen ist das doof hier. Jetzt muss ich nur finden, wo er gewohnt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nicht durch. Also diese Stadt hat mich immer verwirrt. Wegen dieser blöden Sichtweite, die ich habe. Und wegen allem anderen sonst auch. So, gut. Da, das Ding ist runtergefallen, würde ich sagen. Naja, okay. Okay, was ist das hier jetzt? Komm. Meister Wisslems Werkstatt. Okay, das wollen wir doch haben, oder? Nee, den will ich nicht haben. Okay, das ist auch nicht richtig. Oh nee, er hat sein Wohnhaus gesagt. Oh nein, da muss ich jetzt sein Wohnhaus finden. Das war nebendran. Und zwar rechts nebendran, links nebendran, rechts nebendran eigentlich. Wo ist denn das jetzt? Komm, ist das scheiße, ey. Naja, was ist hier unten? Das ist schon wieder ein Haufen Wasser, aber... Naja, kann ich eigentlich in Wasser fliegen? Na, komm. Geh mal runter. Nix. Oh Gott. Ja, kann fliegen im Wasser. Ja. Sieht mir trotzdem Wasserschaden, also... Ach Gott, wo ist denn jetzt dieses dumme Wohnhaus? Ich hab keinen Bock hier, die ganze Zeit nur zu suchen. Oh, jetzt häng ich an dieser blöden Kugel fest. Was soll ich an dieser blöden Kugel? Hier ist aber schon wieder was. Naja, was ist das jetzt hier? Hier war ich noch gar nicht. Okay. Auch nice. Hier gibt's aber auf jeden Fall einen Heiltrank. Nehmen wir mit. Naja. Okay. Tschüss Haus, das ich hier gar nicht kannte. Ähm. Ja, jetzt muss ich dieses blöde Wohnhaus finden. Dieses blöde Wohnhaus finden. Man weiß natürlich nicht im Geringsten, wo es ist. Was ist das hier? Oh, hier ist nochmal so ein Gebäude mit, wo ich hier Formeln basteln kann. Btw, das könnte ich gleich tun. Weil mir fehlt ja noch. Ähm. Nochmal erstmal hier. Äh, nee. Effa. Effa, genau. Ja. Und. Sieht besser aus. Äh, ich hab ja nämlich noch diese Reagenzchen erzeugen Formel. Die jetzt weg ist. Schön. Wo ist jetzt hin? Nein. Das sagt mir jetzt nicht im Ernst, dass die jetzt weg ist. Oh, dieses verpackte Drecksspiel. Jetzt ist sie weg. Oh, nee. Nee. Komm, jetzt hör auf. Nee. Oh. Kotze. Kotze, kotze, kotze. Muss doch hier irgendwo sein dann. Ich kann nicht einfach verschwinden, die Scheiße. Verschwunden zu sein. Ich kann hier aber um drauf laufen. Super. Naja. Sau schlau. Ja, genau. Äh. Jetzt komm ich hier nicht weg. Äh. Okay. Gut. Wo ist meine Formel? Ja, von unten ist hier eine Wand. Von links nicht. Äh, von oben nicht. Ja, genau. Genau, das macht Sinn, Leute. Ach, scheißen. So, okay. Dann lassen wir das weg. Wir finden auch davon, das ist nur ein Level 1 Spruch. Davon kriegen wir genug. Äh. Ja, jetzt werden wir angegriffen. Wow. Wow. Was sollte denn die Aktion, Kumpel? Das lässt du mal fein bleiben. So, das ist Königin Hauptstadt. Ähm. So. Och, nö. Jetzt muss ich alles absuchen. Nein. Ist ja schon wieder. Nee, das ist was anderes hier. Ach, das war das Ding hier, wo ich... Ach. Fick die Katze. Was ist denn das jetzt eigentlich nochmal gewesen hier? Was war das jetzt hier? War das da, wo ich... Hä? Ach, keine Ahnung. Ich sehe hier nicht durch. So. Ähm. Also Wisdoms Werkstatt habe ich gefunden. Wisdoms Werkstatt war... Hatte ich gefunden. So, da ist was kaputt ist. Das war Wisdoms Werkstatt, nicht wahr? Äh. Äh. Okay. Dann muss der Wohnhaus nicht weit weg sein. Oh man. Jetzt muss ich auch noch gegen die anderen Normalen kämpfen. Meisterwistdoms Werkstatt. Okay, dann landen wir hier mal. Und probieren es mal irgendwie mit gucken zu finden. Und wir nehmen wieder die... Äh. Den Gargoylstab. Nein. Falscher Stab. Jetzt haben wir... Nein. Jetzt nimmt man den Scheiß aus hier. So. Gut. Hm. Jetzt gucken wir mal hier rum. Ah. Mach mal diese Scheißstiefel weg hier. Äh. Ich habe auf eins gedrückt. Klasse. Ich gucke mir jetzt mein Spellbuch an. Hallo Spellbuch. Danke, dass ich dich sehen darf. Und dass mir immer noch die Reagenzien erzeugen fehlt. Was total beschissen ist. Weil ich ja doof bin wie die Sau. Ich glaube eigentlich sollten jetzt die Stiefel deaktiviert sein. Aber sind sie nicht. Die funktionieren immer noch. Komischerweise. Oder, keine Ahnung, vielleicht sollen sie doch aktiviert sein. Ich weiß es nicht. Ja, 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 ja. Wo muss ich denn jetzt hier hin, Mann? Das ist total beschissen. Ich sehe hier überhaupt nicht durch. Der falsche Prophet zu sein, dich zu töten. Na? Wieso kann ich hier nicht lang gehen? Das ist abgesperrtes Gelände. Ich kann hier nicht durch. Schön. Wieder ein süßer kleiner Bug. Ähm, ja. Äh, okay. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo muss ich denn bloß hin? Hier. Irgendwo muss Wisslems Wohnhaus sein. Und da gibt es dann was Feines. Hat er auch gesagt Wohnhaus oder was? Yo. Was ist denn das hier? Ähm. Die anderen Stiefel anzuziehen. Und jetzt hochzugehen. Nicht, dass es wieder die scheiß Werkstatt ist. Das ist wieder die scheiß Werkstatt. Und das ist doch wieder die scheiß Werkstatt, oder? Ja, Waffe auszuziehen hier. Ach, und hier in der Werkstatt ist definitiv nichts. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Auf den Sack zu gehen. Unterwasser war das nicht. Das war Überwasser. Unterwasser musste ich nicht. Das wüsste ich noch. Ah, auf den Sack zu gehen. Dieser Scheiß hier. Wo ist dieser beschissene Wohnhaus? Kack. Dreck, Scheiß. Mist, Piss. Was ist das hier? Okay, holen wir dieses Gebäude hier. Das ist doch auch abgestürzt. Ist es doch, oder? Nein, da steht nichts dran. Ach. Ja, aber wieso liegt denn das hier, wenn dann eben nicht das dreckige Wohnhaus ist? Das muss doch hier sein. Ich hätte es lustig gefunden, wenn der Typ hier mit so einem Steinboot irgendwo rumschwimmen würde. Das fände ich cool. So. Okay, gucken wir mal darauf, was das für ein Buch ist. Ich möchte jetzt mal wissen, was das für ein Buch ist. Okay. Ach man, ich will euch jetzt hier nicht ewig... Ach, das ist schon wieder dieses leere Buch der leeren Versprechung. Oder sowas. Keine Ahnung. Äh. Das kann... Gibt es doch gar nicht. Da ist nur dieses Scheißhaus. Vor allem, man kann sich überhaupt nicht an nichts orientieren hier. So. Nö. Nö. Das ist doch nur so ein kleines Dreckshaus, Mann. Nee. Das ist dieses Scheißhaus, wo wir am Anfang waren. Jaja, Gegner haben mir egal. Äh. Nee. Wo war denn dieser Scheiß-Wichser hier rumgestanden? Vielleicht kann ich den nochmal ansprechen. Ich kann ja mir denn was sagen, wo das war. Okay, da ist die Königin. Nö. Ja, toll. Wisst ihr mir jetzt weg? Ich jetzt nicht wissen, wo ich hin muss. Mir das auf den Sack zu gehen. Ich werde ihn jetzt cutten. Weil ich keine Ahnung zu haben. Okay, also bis gleich. Ich suche mal mich hier um ein bisschen rum. Tschüss. Blöd zu sein. Ich dumm zu sein. Ich musste nicht zum Wohnhaus. Ich muss hierher. Ich muss hierher.